What it really means to live like golden It will go then, baby, it will go then Hey Leute, was geht, Walotan ist wieder am Start Und ja, heute gibt es wieder ein kleines Live-Com-Terry von World War II Alles klar bei dir, Digga? Ich hab doch grad die ganze Zeit mit diesen 4x Optik gespielt, ne? Ich mo... Diese Fahnenkreuze, die ich da freischalte, ne? Die schalte ich dann nur für 4x Optik frei Ich muss halt 300 Abschnitte mit Reflexvisier machen Um diesen Punkt zu kriegen Und ich spiel die ganze Zeit mit diesem Kackvisier Ne, oder? Doch Komm, so dumm kann ich nicht sein, verarsch mich bitte Nein, ich höre auf meine Mutter Ich hab 30 Abschnitt aus diesem Reflex Und 155 auf diesem 4x Optik Jetzt ist die Frage, ob du mir Leid tun sollst Oder ob ich es witzig finden soll Beides Okay, oh mein Gott Wie schlecht der Gegner war, dass er mich nicht bekommen hat Ja, und direkt der beste Spieler der Welt Nein Ich krieg mein Leben, Alter, warum mach ich die Scheiße? Naja, so hast du wenigstens... Wie komm ich? Wie hab ich was? So hab ich wenigstens was So hast du wenigstens noch ein paar EP freigeschaltet, oder? Also bekommen Ne Ne Ich hab jetzt halt erst 32 Abschüsse zu diesem Scheißvisier Ich bin halt so fucking dumm gewesen, dass ich dachte... Ach nee, komm Ich lass es sein, Alter Ich lass es einfach sein Fuck Digga, wie sch... wie dumm... Wie dumm... Wie dumm muss man bitte sein Wie dumm... Ich würd jetzt sagen, so wie du, aber... Ja, stimmt ja auch Digga Nein, Mann, ich bin so unkonzentriert Ich muss mich wieder mehr konzentrieren So kann ich jetzt wenigstens mit Spaß und Laune in dieses Spiel gehen Ich mein, es hat doch so Laune gemacht, aber... Hat halt abgefuckt, dass ich die ganze Zeit vereimt habe Mit diesem Kackvisier Wollen die jetzt hier noch nicht? Haben die Bock hier zu spawnen? Oh Digga, die Waffe ist... Ich hab so erschrocken, weil ein teammate von mir gespawnt ist, Alter Ich dachte so, ja, Gegner spawnen da jetzt... Ne, teammate Haha Alla Digga, die Waffe 28, ich liebe sie einfach MPs werde ich nachher alle ausprobieren Ich will jetzt erstmal diese 300 Abschüsse machen Lol, man kann auf dieses Rohr sich da hinten legen... Nein, die ficke ich jetzt weg Schreck auf die Fresse Geh mal bitte in deren spawnen und hol die am scheiß Rohr da Ich schick die jetzt beide da weg Man kann sich oben auf diese Kanone legen, Digga, das ist übel OP Oh Mann! Gegen MP kann ich nichts machen im Gunflash Na ja, MPs sind nach übel OP in dem Game Genauso wie ne Sniper, deswegen spiele ich ne Sniper und ne MP, Alter Feindliche Bombe im Anflug, in Deckung! Er ist so One-Shot Er ist so One-Shot, Digga, auf den... dieser Kack-Kanone, Digga Ja, ich hab's grad gesehen, dass man sich da drauf stellen kann Ist irgendwie schon OP Hab den Sniper Stark, Alter Let's go, Mann Spawnflip, oder? Ne, warte... Ne, doch nicht, lol Ich weiß es nicht, ich hab da keinen mehr gesehen Jetzt ist spawnflip Ja, ist ja in Ordnung Ich hab da keinen mehr gesehen und hab mir gedacht, okay Ist das schick Ne, jetzt spawns wieder hier Hä? Wir spawnen bei dir LOL Als ob er das... Ich check das spawn... Alter, das spawnsystem muss ich echt noch checken, Alter Ja Ist ja ganz anders als in Bo3 Ich glaub, die spawnen erst auf der gegnerischen Seite, wenn wir erst alle ausgeschalten hast, auf der anderen Seite Das kann sein Wär aber eigentlich ganz gut los Die Wahrscheinlichkeit, dass man extrem gespawnt, wird nicht mehr so hoch Leute, Digga, was? Er hat fast den heftigsten Turner kassiert Alter, Digga Er hat fast so kassiert, dieser... Ich geh grad negativ Na komm, wo kommt der? Schönes Ding Schönes Ding Kommt da noch einer? Ne Haben die keinen Bock mehr mit mir zu spielen, schade Hätten schon Bock mit dir zu spielen, bist du hässlich? Ja Kann sein Läuft bei dir LOL, der wirft den nicht Ich wusste ja, dass du hässlich bist, aber so hässlich Tja Siehs das mal so, lernste was neues LOL Oh mein Gott, wie ne Gäste Aber eins weiß ich schon mal, Yannick, das wird mein COD Nicht nur deins Ich bin jetzt schon mega gut Ja beides in dem Game, Digga schon mal Ich muss jetzt nur noch das spawnsystem checken Dann sterbe ich auch nicht so oft Ja Fäger, Mann Mörser eingesetzt Die Zone wird angegriffen Fack, wo steckt Fack, wo steckt Nein Nein Schiff doch nicht Oh mein Gott Nein Egal, hier ein Trönchen, Alter Was? Oh, das ist viel wichtiger als Killstreak, Mann Hm? Eine Drohne ist viel wichtiger als Killstreak Naja, ja, keine Ahnung Warum gibt es eigentlich keinen Orbit, Mann? Die sollen mal Orbit reinpacken Ja wahrscheinlich, weil es im zweiten Weltkrieg auch sowas wie ein Orbit gab Ja Ja, genau Ne, dann würde das ganze System gar keinen Sinn mehr geben Ja Ja Ich find das Spiel so wie es ist schon ganz gut Ja Ich auch Like und ein Abo da Wird mich sehr drüber freuen Bis zum nächsten Mal Edit alle Edit alle Valaton Ii LLLL YC Ii LLLL Danke Ja Ja Okay Mir kann man zwar keine FAs schicken Aber YOLO Ihr könnt aber euer GamerTeckel in die Kommentare schreiben Dann hätte ich euch Bis zum nächsten Mal Haut rein, macht's gut Und tschau